Kleine Info am Anfang, ich habe in meinen YouTube Analytics gesehen, dass knapp 65% von euch da draußen meine Videos schauen, die nicht abonniert haben. Deswegen bitte ich euch da draußen, liebe Leute, ein bisschen Support wäre mega nice. Ein kostenloses Abo dazulassen würde mich auf jeden Fall mega supporten. Jetzt geht's los mit dem Video. Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In dieser Folge sind wir überwiegend in Kamishobo, weil wir gehört haben, dass es hier ganz schön abgehen soll. Und tatsächlich, wir haben sehr, sehr viele Spieler getroffen. Was ist hier los, Bex? Ich weiß auch nicht. Es geht hier ab. Wir hatten wirklich eine Menge Friendly-Bekanntschaften, aber wie soll es auch anders sein, wenn die Friendly-Jungs da sind, dann sind die bösen Buben gar nicht so weit weg. Die Huren sind. Die Friendly? Oh, Alter. Schüsse aus Kamishobo Berg. Ja, der hat eine Munition für mich. Schuss auf mich. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, lehnt euch zurück, bleibt bis zum Ende dran. Jetzt geht die Action los in Kamishobo. Am beigen Haus ist ein rotes Auto, da ist ein Spieler. Oh, ich seh's. Der baut wieder eine Straßensperre. Ich seh's. Ich seh's. Zwei. Glaub ich. Sollen wir schießen? Ich könnte. Ja. Der hat einen Hit von mir. Wieso sterben die denn nicht? Weiß ich nicht. Der ist jetzt rechts neben dem beigenen Haus. Ja. Wir haben Zombie-Aggro. Lass weiter hoch, kurz. Ich bin links von dir, ne? Ich bin jetzt hier beim Zombie, falls du mich fighten hörst. Oben auf der Police? Ja. Glaub ich, ist er frei, oder? Nee. Nee, nee, der steht da noch draußen. Jetzt geht er rein, glaub ich. Ja, das rote Auto steht direkt vor der Police. Dann sind es zwei da drin jetzt. Ich pushe mal runter zu dem ersten Häuschen hier. Sollen wir gleich in die Police reinpushen? Können wir versuchen. Ich pushe jetzt zum Hintereingang. Okay. Tür ist auf. Jo. Links ist zu. Rechter Raum ist safe. Okay. Ich mach auf. Ich pushe den Raum links gegenüber. Vordertür ist offen. Okay, pass auf. Ich zähle es sauber. Ich pushe rechts in... Ah, okay. Ich mach Vordertür zu. Lass mich kurz absperren. Okay. Alle Türen zu. Okay, ich pushe hoch und pushe rechts in den Raum rein, ja. Alles klar, ich bin safe hinter dir. Hier ist safe. Rechts neben dir ist auch safe. Jetzt können die nur noch im Lagerraum, in diesem Büro oder ganz oben sein. Okay. Ich pushe gleich in den Lagerraum, also das heißt links neben der Treppe. Ja. Ist safe. Okay, Büro. Ist auch safe. Ja, Police ist halt echt ekelhaft, ne, mit den ganz vielen Räumen. Der ist vor der Police. Ist am Auto. Ja, hat ein Hitch, hat ein überlebt. Was ist denn hier los? Hat sich in der Garage eingeschlossen. Rechts, dieser Wein. Der will mit uns reden. Hey, Bro. Ah, du bist auch. Bitte bring mich nicht um. Bitte. Ja, okay. Ich bringe einen Freund, dem ich mich... Also, ich bringe gerade sie bei. Kann ich rauskommen? Ja, also... Von uns brauchst du keine Angst haben. Ja, das hoffe ich. Wo seid ihr denn? Direkt in der Police. Ach. Von dort habt ihr mich angeballert. Ja. Ja, weil ein Freund kommt von dort, glaube ich. Der scherbt gerade DASB von mir und ich will ihm halt beibringen an das Game Street, ja? Ja, nehm, Hände runter, alles gut. Ja. Okay. Ah. Also, hier war jemand, ja? Ja, ja, deswegen habe ich auch geschossen auf dich. Vor allem hast du einen Hit mit der Laa überlebt. Das verstehe ich ja überhaupt gar nicht. Ähm, aber Jungs, wenn ihr hier, äh, kurz vor Solnice, also, wenn ihr kurz nach Solnice seid, ne, müsst ihr aufpassen, ich war gerade mit dem Auto da unterwegs, da ist, da hat irgendein Typ, äh, der heißt einem Deadpool oder so, hat, ähm, eine Falle aufgestellt, er hat überall so scheiß Seile aufgestellt, ich bin da reingefahren, da er killt, äh, jeden Bambi und jeden, der mit Auto fährt. Oh, das ist ganz unser Beuteschema. Und wo genau schon, äh, schon Solnice ist? Also, nee, wenn, also, wenn du in Solnice bist und weiter gerade nach, äh, gerade vorne außen bist, also, kurz, ähm, kurz vor der Racine oder so. Ah, okay. Ähm, ich frag mal, ob mein Mail kurz, wo er da ist, ja? Ja. Tür? Zweig. Die Fliegen sind so laut, ne? Übel eklig. Spieler, Spieler kommt. Direkt bei dir, Bro, Vorsicht. Warte, ich glaub, der hat noch was nicht. Äh, oh, 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 oh. No, no. Hey, Bro, was up, man? No, no English. So, oh, no English, okay. Which country, man? Um, United States. No, car. Where's another car? Wait, 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 here's a car. Here's an auto, bro. What's is here los? What's passiert here? He's not stopping. What's going on? Fuck, fuck, aber... ...weird, okay, so... ...fährt weiter... ...ja, ja. ...heißt du was? ...ja, ja, der fährt weiter, oder? ...weird, oder? ...nein, nein, nein, nein... ...nein, nein... ...nein, nein... ...he, er hat mit uns, er will... ...er, er hat mit uns, er will... ...er, er hat mit uns... ...er, er hat mit uns? ...er, er hat mit uns? ...ja, ich bin, ich bin in prison. Ich deck dich, wenn der kommt. Ich schieß mal ein paar mal auf den nicht erschrecken. Oh, ha, alter. Don't shoot me, da, don't... ...no, no, don't, don't worry, man. So I shoot a little bit on the car, so he drive away, you know? Oh, okay. Oh, okay. Ja, ja. Oh, der Server. I play... I don't... ...I'm new to the server, so I don't really know what... Oh, okay, so this server is... ...you know, is PvP-Server. So take care. Der kommt wieder, warte, 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 warte mal kurz nicht, ich probier's dir. Ey, bruder, kannst du mal arm halten, ja? Warte, ich weiß, was jetzt von meinem Maid gespawnt ist. Was ist hier los, Bex? Ich weiß auch nicht. Komm, komm vorne, komm vorne, komm vorne, ich mach kurz auf. I'm back. Ja, warte, bei mir, ich muss noch... Alright. Okay, bro, so... So, are you guys just staying here, or what? There's another car, can I come in? Yeah, come in, come in, come in, man. Hello? Can I get the shotgun? Can I get the shotgun? Okay, Bex, jetzt, jetzt wird's gefährlich. Ja, nimm mal, nimm mal, nimm mal, ich hoffe, wir können dir vertrauen. Friendly? Schuss aus Kamishovoberg. Did you guys just shoot? Hey, buddy, buddy, you... I'll go kill him, if you give me a gun, I'll go... Oh, no, 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 no! Hey, come inside, man, close the door, please. You guys trust me with a gun, or are you guys gonna, like, kidnap me? I don't know what you guys are gonna do. Yeah, I don't know, so can we trust you? Yeah, like, I'm new to the server. Give me that AK-74U, I'll go kill that guy right now. Oh, ich schieße, da will die richtig akar was bei denen los. Hey, can I go... Hold on, he's gonna pass again. Hold on, bro, I'm not gonna do anything, I promise, I promise. You're right here right now. Let's just get the trust out of your way. Someone just shot, someone just shot at you. Yeah, we know, we know, bro. Yeah, yeah, from Kamishovo Mountain, on the left side, I know. I'll go rush him, I got nothing to lose, bro. Come up sis, man, come up sis. Bro, hey, how about this, I do this to everybody. I punch you, you punch me, and then we won't ever cross each other again, alright? We won't ever touch each other again, we'll always be friends, how about that, yeah? Bro, take it, man. I'm not gonna do anything, bro. Alright, I'll be back. I see him, I see him. Where, where? No, it's a zombie, it's a zombie. Where did the shot come from, from the trees? I see him, I see him, I see him, I see him, I see him. Maybe I can get him, right? Hey, he has the pump, he has the pump bullet. You see, you see what that zombie is with a white shirt, that's aggro, it's sprinting, it's like walking here and there? Where is he, Edward? Is that him? I see him, he's a zombie. I see him, he's a zombie. Oh, I see him, I see him, no. No, no. No, 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 no. No, 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 go away, bro. I'm watching you, you know? Uh, that's not. Er aims. Jeremy, look down there. Can we... can we... Can we just let one three out of the roof? Then I can pick him up. I'll do it again. I'll do it again, I'll do it again. I go to the top, I go to the roof. I hit... I have him. He's dead. Yeah, he's dead, man. Nah, he's perfect, Bags. He's dead, he's dead, he's dead? Yeah, he's dead. Was ist mit dem Server los? Ich treffe ihn einmal, war wieder nur ein Hit, er läuft weg, ich treffe ihn noch mal, auf einmal steht er einfach da. Ach ja, der ist dann dead, wenn er steht, dann ist er dead. Ja, ja, der Bug, aber jetzt ist er komplett weg. Aber ich habe ihn fünfmal getroffen mit der Lahr, das muss ja wohl reichen. Ja, ich frage mal meinen Mate, ob er noch lebt. Also unser Buddy da, der Amerikaner, der rennt da hinten grad links auf dem Feld rum, kommt jetzt wieder mit der, keine AK, hallo, Bro. Hey Bro. Ich habe einen langsamen Blick. Ja, ich auch. Ja, sorry, mein Mate war da auf, willst du deinen Kopf zurück? Er ist weg, er ist nicht zurückgekommen. Nein, 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 du kannst es nehmen, du kannst es nehmen, es ist gut. Ah, cool. Bro. Du flaschen, Alter. Oh, shit. Er ist vielleicht ein Slug. Hey, Bro. Hey, Bro. Er hat ein bisschen was auf ihm, so, um, ich habe Mosin, eine Ammo, eine Grenade, eine Menge Essen, eine Tetra. Und ein Lockpick und was. Oder ein Pumpkin? Oh, es ist dein Kilo, Bro. Du kannst das Loot nehmen, wie du willst. Ja, ich werde ein bisschen was auf ihm nehmen, und du kannst den resten. Ja, wo ist das? Oh, es ist auf mir, da. Um, da. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht mehr auf dem Server sein, aber ja, wahrscheinlich, Bro. See you, guys. See you, man. Stay friendly, man. Ist das Auto funktioniert, bei einer Chance? Ich glaube, ja. Ich kann es nehmen? Ja, eigentlich, ja, ich kann es nehmen. Ich glaube, du musst ein bisschen Wasser nehmen, und ich glaube, der Kaule ist gut zu tun. Du hast Party-Chat und Schoko einsammelt. Ja. Ähm, sag mal noch kurz dem, ähm... Ey, Neville! Wir, die, die Dicke, wir hauen ab, ja? Wir würden jetzt abhauen, ähm, wir würden jetzt auch wieder zurück in den Party-Chat gehen. Also, hat mich gefreut, Bro. Wir sehen uns. Okay, ja, ich probiere irgendwie hier rauszunehmen. Bist du immer noch in einem grünen Haus? Ja. Wir holen dich jetzt ab, und dann hauen wir hier ab. Ja, bitte. Kannst du die Tür aufschließen? Mach ich. Ach, die sind zu. Äh, dann wär's nicht schlau, wenn wir sind weg, die laufen, ja. Auto kommt wieder. Alter, der geht auf den Sack, geht mit, ja. Soll ich ihn abknallen? Ach, soll ich steh, ja. Ich push raus. Okay, komm raus, Schoko. Was war hier los, Bex? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, was war hier los? Aber hier unten, ganz kurz, ne? Hier unten muss auch einer sein, wo ich drin lag. Okay. Weil, da hat einer mit einer Mosin auf den Immobilie geschossen. Ganz nah neben ihm. Ah, hier liegt der Typ, guck. Ich hab ihn doch erwischt. Ich bin gerade an ihm vorbei, ja, Mann. Oh, oh, die sind nach, die sind nach. Die sind richtig nah, die sind da unten in dem Garten, rechts. Nachgucken? Wir müssen halt aufpassen, nicht, dass wir den Falschen killen, ne? Ja, die, aber, und der Deutsche hat da nichts zum Schießen, oder? Die Schrot hatte er. Okay, das ist keine Schrot. Ah, ich seh sie. Zombie-Agro ganz hinten an dem Haus. Ah, ich seh sie. Was schießt der? Ich glaub auf Zombies, oder? Was geht hier ab? Das ist schon wieder absolut, absolut krank hier. Ja, liebe Leute, so sieht das halt nun mal aus, wenn wir in Kamishobo sind. Hast du ihn? Was ist der? Du, steh aber nah. Irgendwie juckt's mich aber doch, da hinzugehen, ne? Ja, wir können's schon probieren. Ah, ich weiß nicht. Mir ist egal. Scheide du. Okay, wir machen Schere-Steinpapier. Okay. Okay. Oh, shit, ich hab's schon. Egal, du kannst ja eh nicht bescheißen. Verdammte Kacke. Was soll das? Okay, let's go, töten wir. Zombie-Agro auf der Straße. Ich hab's auch gesehen. Wem laufen die denn hinterher? Im Auto vielleicht? Hier war ich drin in dem Haus, genau. Und hier hat irgendwo einer mit einer Mosin geschossen. Jaja, den hab ich. Der liegt oben im Wald. Zombie-Agro am Auto. Der ist safe in der Police. Oder der wurde totgeschlagen und liegt... Nee. Am Sitz seh ich niemanden. Weil die Zombies stehen so direkt vor der Türe, weißt du? Ja, die... Das ist verpackt. Die stehen dann immer am Auto rum. Na gut, Zombie-Agro wär jetzt unklug. Wollen wir weiter links lang hier? Mhm. Richtung Wasser mal. Der sitzt, der sitzt noch, oder? Da sitzt doch einer. Ist der... Stark. Der Schuh? Nee, aber der hat Schuhe. Ja stimmt, da könnten wir kurz... Zumindest in die Nähe. Dann kannst du ans Auto ihn looten. Oder ich probier's dir schon... Warte mal vorne am Strand, an der Mauer ist was gerannt. Ja stimmt, da rennt einer. Bambi. Bambi rennt Richtung Wasser. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Ich weiß nicht. Ah, der liegt da ganz am Strand. Hat sich da hingelegt. Sollen wir zuerst mit dem reden, bevor wir irgendwas machen? Ja, da ist er wieder, der rennt, ja. Ah, lassen wir den, oder? Ja, ja, nicht töten. Gut, ja, dann lass da hin, damit er seine Schuhe kriegt und dann... Lootest du noch? Ja, wieder. Hier hast du noch Verbände? Ja. Der Bambi steht jetzt hier am grünen Haus. Ja, der hat mich gesehen. Ich mach dir nichts, Bro. Keine Sorge. Ich krieg den Körper nicht raus. Warte, ich versuch's mal. Ich wollte dem nur kurz sagen, dass wir den nicht töten. Irgendwo hier war Schoko, oder? Nee, nee, der war eben mit mir im Haus schon vorne. Ah, da. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Wir wollten uns eigentlich auf den Weg nach Berencino machen, um diesen Bambi-Killer zur Strecke zu bringen. Plötzlich haben wir hinter uns in Kamishobo Schüsse gehört. Das war eine Skorpion? Ja. Beiges Haus, glaub ich, hab ich Mündungsfeuer gesehen. Nee, doch, weiter links. Jamaika, oder? Hier das beigeschen links neben uns. Kann sein. Ja, Zombie-Agro. Warte mal. Hinter dem beigen Haus ist Zombie-Agro. Das links von uns? Ja. Äh, was ist das da vorne? Äh, Spieler. Straße entlang, rechte Seite, Straße. Jetzt fragt mich nicht, ob der gut equipped war. Das hab ich jetzt so schnell nicht gesehen. Also hier Straße entlang, Richtung, äh, Balota. Der ist da in die Häuser. Okay. Also so gesehen ist der Richtung Bahnhof gelaufen. Na, ich komm mal zu euch rüber. Sehen laufen. Sehen laufen. Auf der Straße, oder? Gerade. Ja, da haben wir auch kurz gesehen. Der ist hier im Haus gegangen, das einer. War der equipped? Nee, der hat er nichts, der hat nur den Rucksack auf. In welches Haus ist der rein? Das ist nicht das hier vorne, als noch weiter. Ja. Dann könnten wir aber zu diesem Holzhäuschen pushen, ne? Ja, könnten wir. Okay, let's go. Ich check rechts. Links. Er kommt, er ist auf der Straße. Er ist auf der Straße. Hey, Bro. Hallo? Hey, Mann. Stopp. Take your gun away, Mann. Take your gun away. Take your gun away, Mann. Bro, we don't want to kill you. Take your gun away. Dann halt nicht. Nee. Mann, wieso spielen die denn nicht mit? Oh, der hat eine Munition für mich. Schuss auf mich. Ich bin bei dir, ich bin bei dir. Aus irgendeinem Haus. Der ist aber ziemlich weit weg eingeschlagen. Das müsste doch direkt ab... Zombie-Aggro? Warte mal. Wohin die rennen? Die bleiben jetzt auf der Straße stehen. Das muss da vorne sein. Jamaika, oder? Hat der Aim auf dich gehabt im Jamaika? Nee, niemals. Ich weiß nicht. Der hat auch ziemlich weit über mich weggeaimt. Vielleicht das beige Haus hier, rechte Seite. Oh, das könnte sein, ne? Ja, das geht ja mal gar nicht. Ich will den haben. Ja, let's go. Das sind Skandare gewesen. Tür ist zu, ich sehe nichts. Ah, nee. Anderes beigees Haus ist Zombie-Aggro. Ja. Da ist er drin. Ah, dann hat er da aus dem Fenster geschossen. Okay, den holen wir uns. Niemand schießt auf unsere Mates. Da rennt einer bewaffnet hin. Ja, der ist rein. Shit, ich war zu langsam. Ich auch. Ich hatte die falsche Waffe in der Hand. Mal kurz hier oben rein, mal gucken. Ah. Ob die zusammengehören, glaube ich nicht. Ist die Frage, hat der den da drin gekillt? Wir könnten gucken, gön. Warte mal, Agro. Ne, ich glaube nicht. Ist klar, ey. Bald Bro redet. Buddy. Bald Bro, man. You remember me? On the light tower. We give you stuff, man. No, 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 no. We are friendly people, you know. Now we are friends. Very friendly. You're the shocking guy. Zipz. Zombies vielleicht? Oh, der hat einen Unfall gebaut. Habt ihr geschossen? Nein. Nee, der ist dead. Im Auto. Vorsicht. Unten rechts ist irgendwo ein... Nee, der ist im beigen Haus, oder? Bald Bro redet. Hey, Bald Bro, man. Wir sind Freunde. Remember, at the light tower, man. We give you stuff. Where are you, man? I can't hear you. Just very quiet, man. Redet keiner, ne? Doch, Bald Bro redet, aber der ist zu weit weg. Ich... 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 Ich hör den gar nicht. Aber hier war noch irgendein Shinobi, oder sowas. Oh, nee. Das ist kein Freund. Ja, Bald Bro redet grad die ganze Zeit, aber... Sollen wir mal hinten raus? Richtung grünes Gebäude. Ja. Okay. Ja, die Frage ist, was... Was wollen wir machen? Wollen wir... Warte mal. Ja, Rauchgranate. Rauchgranate. Kann auch sein, dass wir versuchen, rauszurennen. Vielleicht. Ich bin oben in dem grünen Gebäude drin. Ohne der Shinobi sehe ich jetzt wieder. Und Bald Bro. Bald Bro. Dude. Yo, was ist denn? Hey, Bro. Du erinnerst mich? Nein, ich erinnerst mich. Du weißt, in der Lichttower. Wir sind aus Deutschland. Wir geben dir Sachen. Wir haben einen. Oh, ja. Das letzte Mal. Und ich sage dir, ultimate Truss-Test. Du erinnerst mich? Ja. Nice, Mann. Du bist in einem großen Gebäude mit dem Smogrennade. Also, er meint, er meint, wir sollen rüber. Wir könnten ihm vertrauen. Oh, ich weiß nicht. Und er hat gesagt, er hat gesagt, ja, ich erinnere mich an dich. Du hast mir doch die Waffe gegeben. Ich stecke die Waffe jetzt weg. Ich laufe da rüber. Bleibt ihr mal hier draußen. Ich versuche, ihm mal zu vertrauen. Ui. Ich komme inside, Mann. Hallo. Hallo. Wer ist inside? Teilzeit-Teufel. Ich gebe dir die Waffe. Der letzte Mal. Teufel? Ja, auf der Lichttower. Du weißt. Hallo. Kennst du diese Leute? Ich weiß Teufel, ja. Nein, kennst du diese anderen Leute? Nein. Bex und Schoko. Ja. Diese Leute sind außerhalb. Er ist wirklich in dich. Aber ich habe gesagt, hey, ich denke, ich bin gut in den Menschen. Ich will dir in dir. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber Bolt Bro war gut. Ich gebe ihm AK und er sagt, hey, ich kann in dich trusten, ich mache nichts. Aber wenn du jetzt sagst, Daisy ist es schwierig zu trusten, dann werde ich das Gebäude verlassen. Ich schaue dich nicht. Okay. Ich sage, die Leute sind schwer zu trusten, aber wenn beide dich kennen, dann habe ich keine Boltz. Öpne die Tür für die Suka-Bolt. So, liebe Leute, jetzt kommt er absolut. Ja, kein Problem, ich habe einen Lockpick. Kein Problem, ich habe einen. Ich öpne die Tür, Mann. Warte, 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 ich öpne für dich, ich öpne für dich. Ah, okay, du hast es. Hey, Bro, Mann. So, wie viele Leute sind mit dir? Ehm, zwei andere Leute. Komm, komm, komm. Ich sehe drei Leute. Ja, ich, ich und zwei andere Leute, Mann. Ich sehe einen in Greenhouse und einen in Lockhouse. Ja, natürlich. So, sie nicht wirklich in dich信, aber ich habe gesagt, okay, ich denke, hey, Bro, was ist es? Ich kann nicht hören. Ich höre ihn. Warum ist das? Ja, ich nehme die Apple. Er sagt, er kann nicht hören. Ich? Warte. Er sagt, er kann nicht hören. Oh, okay. Aber ich spreche, Mann. Normalerweise. Aber er spricht mit dir. Ja. Er sagt, ich nehme die Apple, das ist gut. Ja, ich höre ihn. Ich höre ihn. Nice, Mann. Somebody ist gekommen. Wer ist es? So, vielleicht sind meine Freunde. Oh, das sind meine Freunde, Mann. Meine Freunde schreiten nicht. Sie wissen, ich bin da drin. Ihr Freund in Greenhouse, sag ihm, zu kommen. Also, ich lebe noch. Die sind Friendly Bolt Pro und so, die erinnern sich an uns. Ja, da war jemand an eurem Haus. Ja, 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 das sage ich denen kurz, dann pushe ich raus. Auf den habe ich geschossen. Ich gehe raus und meine Freunde haben mir gesagt, dass jemand hier in diesem Gebäude ist. Und sie schreiten ihn an diesen Mann. Und wir haben das für dich geschlossen, Mann. Er ist auf der Straße. Ah, er ist weg. Er ist weg. Ich habe gesehen, dass ein Zombie ihn schreit. Ah, okay. Nice, perfekt. Okay, du hast es geschlossen, Mann. Are you right in this building? I am above you in glitch. I got the driver. You are above me? You got him. Yeah, I got him. Holy shit, you glitching into the wall or what? Yes, I'm in the fucking ceiling. Oh my god. How you come inside? Holy shit. Liebe Leute, ich habe bewusst nichts ins Thumbnail geschrieben von wegen Glitches in Kamishobo oder habe es auch nicht am Anfang des Videos gleich gezeigt, weil ich diese Sachen eigentlich nicht unterstütze. Ihr müsst euch vorstellen, wenn jetzt alle glitchen würden, würde das Spielerlebnis für jeden Spieler einfach nur katastrophal werden. Deswegen möchte ich das gar nicht unterstützen und deswegen werde ich euch auch das nicht zeigen, wie dieser Glitch funktioniert. Und ich bitte euch da draußen natürlich nicht nach diesem Glitch zu suchen. Killt nicht den Spielspaß der anderen Spieler. Hallo, buddy. Ich komme, ich komme, ich komme, vorne. Hallo? Ah, ich habe vorne aufgemacht. Warte. Ja. Ich mache hinten auf, warte. Ja, lass die Zeit. Ich habe gar keine Angst, hier weggesnabt zu. Nein, nein, jetzt, jetzt, jetzt. Warte, ich mache wieder zu. Okay, bro. So, my friends are inside. Ich gebe ihm ein bisschen... Das ist fucking sick, nasty, Mann. Er hat Covid. Ja, warte, ich gebe ihm Tetras. Und... Ich habe Medic. Okay, wir haben Tetras Cycling, ich denke. Volt. Hier oben. Ich habe Stash. Tell your friend, ich bin sorry, ich habe ihn schottet, wenn er looten hat. Welcher? Schoko. Ah, Bex. Es tut mir leid. Ja, es ist okay. So, er ist nicht sterben. Super geil, Klasse. Wunderbar. Wunderbar. Locken die Tür. Es ist Party time. Ja, es ist Party time. Tripolowski. 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 Adidas Krasowski. Ah, warte, Mann. You, you played in, you played in Cerno music? Ja, no, look, 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 look. Hallo, Suka. You can hear. We are on the intercom now. You can hear it all over the town. Hallo, my friendly people. Yes, man. Es geht hier ab. Teal. Holy shit. Teal. What do I call you? Devil. It's okay. What do I call you, Zed? Yeah, you can call me, yeah, Zed. Zed is okay. Zed? Yeah, Zed. I am, uh, can I tell you something? What? I'm an American. You are American? No way. Yeah, I'm not Russian. No, but you, you. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Hello. Hello. I'm from Los Angeles. Holy shit. But why, why you make your voice like a Russian guy? I don't like Russian. Who on the battle is dead? Triple Lowski. Triple, triple Lowski. Adi, distrust Lowski. Oh, yeah. I see victim. Where, where, where? On the back. Was? Is here loose? Bex? On the back. I was ready to shoot. Oh, okay. We should go walk around, all of us, and scare the fuck out of people. Yeah, so, maybe we want to go to Berenzino. We hear, Bambi-Killer is there. I want to put my whole rifle right up his asshole. So, liebe Leute. Wir werden dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Und nochmal eine kleine Info. A DayZ Kill of the Week wird jetzt immer sonntags kommen, weil ich mir einfach denke, dass ihr alle sonntags Zeit habt, auch das Video anzuschauen. Deswegen schickt mir auf jeden Fall eure DayZ Clips zu. In der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich megamäßig freuen. Und hier in der Endszene habe ich euch nochmal andere DayZ Videos verlinkt. Schaut doch da einfach mal rein. Vielleicht findet ihr da das ein oder andere gute Video. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.